Jo Freunde, wir kommen zum ersten Part von Fortnite und wir haben auf jeden Fall schon mal angefangen, deswegen tschüss. Das ist quasi noch nicht meine erste Runde, ich bin schon Level 3, sind diesmal Mann, zum Glück. Und dann starten gleich hin, also gleich kommt schon die erste Runde, volles Holz, geil, aufheben. So, wir starten auf jeden Fall mal. So, springen erstmal. Wo sind denn meine Freunde? Und wir landen auf jeden Fall erstmal hier. Da hinten ist... Ach, da sind zwei Gelände. Hier, geh erstmal weg. Wir gehen erstmal zu unserem Partner. Bäm. Zerstören. Das reicht. Als ob jetzt einer schon direkt fast stirbt. Der ist down. Wir gehen erstmal zum Baumhaus. Bäm. Surfen. Fuck. Ich hab keinen Bock allein zu zocken. So, klar. Jetzt gleich. Erstmal hier ne Minigun. Nicht mal so... schlecht. Ich muss hier lang. So. Das ist ne Hütte. Hinrennen. Falls ihr noch mehr Ideen habt, ich zock alles. So. Jetzt... machen... was wir hier in den Sternen... Das war? Dann machen wir auf jeden Fall mal. Da ist auf jeden Fall schon der erste. Erster Kill. Down erstmal. Geil. Geil. Mehr alles aufheben. So. Erster Kill. Surfen hier erstmal runter. Hinten ist auf jeden Fall noch ein Baumhaus. Wir sind aber hier dank. Geil. So. So. Ach. Geht nicht. Ich bin noch nicht so gut auf jeden Fall. Ich glaube, es geht es mir in der Hütte. Ich glaube, es geht es mir in der Hütte. Auf jeden Fall mal eine Sprungfläche. jetzt in endlich feile als ob ich eine zielfunktion hütte Was ist hier drin? Geil. Ich gehe jetzt mit meinem Kumpel. Oh mein Gott, da oben ist jemand. Schnell weg. Niedergeschossen. Auf jeden Fall noch einen Kill gemacht. Da hinten ist er. Oh mein Gott. Oh mein Gott. So. So. Lobby. So. Jetzt ist auf jeden Fall erstmal Schluss. Also. Tschö. So. 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 So.